Into Balance an Bord der Europa 2. Das neue Reiseformat dreht sich um die Themen Entspannung, Entschleunigung und Fitness. Die Auftaktkreuzfahrt von Hongkong nach Singapur. Mit im Gepäck ein hochkarätiges Experten-Team für die Gäste. Wir wollen unseren Gästen gerne neue Impulse geben und neue Ideen, wie sie besser auch in ihrem Alltag in die Balance kommen. Auf dieser Reise haben wir ein wunderbares Experten-Team. Das kann man fast trainieren mit den Stars nennen. Wir haben zum einen die Boxweltmeister Zyren Ottke und Regina Halmich. Mit dabei ist auch der amerikanische Personal Trainer und Ironman-Teilnehmer John Hipp. Dann haben wir aus dem Expertenstab des Fußball-National-Teams den Yoga-Lehrer und den Ernährungsberater. Yoga ist ein perfektes Mittel, um so kleine Ruhenischen oder Oasen sich einzubauen, auch im Alltag. Hier sind wir natürlich auf einer großen Ruhe-Oase, aber selbst da in den ersten Tagen fällt es ja manchem nicht so leicht, sofort loszulassen nach dem ganzen Stress, den er vorher erlebt hat. Und da können wir natürlich mit einer Yoga-Klasse helfen, relativ schnell in den Entspannungsmodus umzuschalten, um wirklich diese Reise zu genießen. Das Programm von Into Balance ist vielfältig. So stehen neben ruhigen Entspannungskursen auch aktive Angebote wie Boxen auf dem Plan. Trainiert werden die Gäste dabei von Boxweltmeisterin Regina Halmich und Profiboxer Sven Ottke. Also das Boxtraining ist durchaus nicht nur eine Modeerscheinung. Ich glaube, dass es sich über viele, viele Jahre halten wird, weil man eben erkannt hat, dass es nicht nur ein Haut-drauf-Sport ist. Das ist ja so das übliche Vorurteil und Klischee, sondern es ist einfach das beste Ganzkörpertraining überhaupt. Der Geist ist gefordert, auf jeden Fall. Und auch der ganze Körper, die Reaktionen, die Schnelligkeit. Es gehört viel Technik dazu. Auch das Thema Ernährung spielt bei Into Balance eine große Rolle. Ernährungsexperte und Star-Koch Holger Stromberg, bis vor kurzem noch Koch der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, weiht die Gäste in die neuesten Trends und Erkenntnisse in Sachen Ernährung ein. Ich biete den Gästen hier Workshops an in Sachen Ernährung und natürlich einen Ernährungsvortrag. Ganz wichtig, damit man so das kleine Einmaleins der Ernährung schon mal parat hat. Und in den Workshops zeige ich einfach, wie kurz und schnell man sich selber behelfen kann, wenn man eben nicht die richtige Ernährung findet, ohne großes Kochen. Es geht mehr um Zubereiten und das möchte ich den Gästen und Passagieren hier zeigen. Nach dem erfolgreichen Auftakt des Formats können sich die Gäste auf weitere spannende Into Balance Reisen im Programm der Europa 2 freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.